. Dari. Großer Kampf um die Position da und plötzlich auch aus dem verinneren Wickel macht das ein Tor. Torschutz für die 14, Patrick! Auf geht's! Aber was da nach einem einfachen Freibuff abgeht zwischen Hausen und Dari. Guter Ball. Den Fall muss man Schiedsrichter loben, dass sie dann... Auch erstes Tor von Max Dari. Hinter dem Rücken, super weitergespielt, Grötzki. Gutes Spiel. Vodovic wurde dann noch weggeschubst. War wichtig für die Rhein-Neckar Löwen, dass sie mal wieder ein Tor erzielen. Grötzki. Jetzt sind es drei. Noch zwei Minuten. Wirst du die Deckung öffnen? Also im Augenblick... Also... Ist ja immer eine Schwäche, wenn man die Deckung öffnet. Im Normalfall. Deswegen aber... Das war das Entscheidungstor. Ja. Also Werhaft sind sie. Reicht die Zeit. Ja. Im Moment! Ja. Ja. Was ist das? Vielen Dank.